Versuch's noch! Das ist ja nur so ein Ziel zum sabotieren. Das würde mich interessieren. Und das würde ich gerne auch noch abschließen. Wo ist das? SMT ist das da hinten? In dem Sektor? Oder woanders, auf was ich nicht glaube. Was ich ja töten. Du! Genau du! Oh Gott! Was wollt ihr von mir? Das haben wir auch erledigt? Nee, das muss woanders sein. Das sabotieren, das muss... ...da hinten doch irgendwo sein. Geh nochmal schnell zurück. Schauen wir mal. Oh, da ist es okay. Oh, da ist es okay. Das ist richtig. Wer hat dich umgebracht noch? Ich glaube, dass er sich aufgeregt hat. Ich bleib an dir zurück. Na! Ach! Du gehst dirken vorhin! Du entkommst dich nicht! Du gehörst mir! Ich kann sie dann wieder wegchecken. So, mutieren wir auch noch impfix. Das sollte sie ausrechnen. Die Tragness-Erkundation verschlechtert, sauber. Wie soll ich mit dreifach amputierten und verwundeten Veteranen mithalten? Man merkt, mit jeder verfügbaren Sache, die man zusätzlich bekommt, kann man mit der Missionen verbessern. Schon Royalisten geschnappt, Jean? Oh! Scheiße! Nerfig! Oh, wo ist der Erste? 1, 2, 3, ja. 1, 2, 3, ja. Ah, das ist ein bisschen komisch, dass er nicht durchgehen kann. Okay. Ah, hab ich die Triche? Ah, hab ich. Wenn der nicht so da rumzappelt. Was haben wir denn? Zwei Schloss Dietrich? Ei, ei, ei. Boah, das ist... Ich muss euch sagen, das ist nicht ohne. Zwei, eins, 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 eins... Ah, verdammt. Mein Gott. Das war jetzt aber rein nach Zufall. Ich und meine Schlossknack-Skills sind nicht die geilsten. Okay, da gehen. Okay, Sperrgebiet, oh Sperrgebiet. Die Sichtfelder sind aber immer noch die gleichen. Hab ich das Gefühl. Na, da vorne ist einer. Okay, der ist da. Ähm, hab ich noch die zwei Punkte? Charakter anpassen. Fähigkeit. Na, Kampf. Ne. Schleichen. Moment. Ah, vier Punkte. Ja, ja, ja. Ich bräuchte aber dann, ähm... Genau das bräuchte ich. Ein sofort tödlicher Schlag von oben. Ja. Umgebung, ne. Haben wir noch Gesundheit? Die Fähigkeit, Spieler denn hier teilweise zu heilen. Ah, okay. Ich glaub, wir nehmen das hier. Ein dickes Fell. Ah, zwei, okay. Die eine trennt sich. Acht mal fortgeschrittener Gehilfe. Ah, okay. Jetzt gehen wir durch die Kredopunkte. Warten bis das Adlerauge wieder ready ist. Zwei da, einer da. da hat man scheißwecker geklingelt so wenig dass die gema jetzt hier der hat jetzt nichts gemerkt okay ist er selbst schuld kriegt er von hinten was auch für matz ich hörte aus zuverlässiger quelle dass ein assassin in der nähe ist und dass ihr sein ziel seit dem wurm ist ein rückgrat gewachsen jetzt ist er eine schlange verdammt es war nur eine frage der zeit das war mir klar aber das ging zu schnell die assassinen sind gut organisiert aber nun sind wir im vorteil oder nicht sammelt die wachen und macht jagd auf diesen assassinen bringt mir seinen kopf okay ich kann nicht da durchschießen schade 1 2 bei den hier sind sogar drei die ja die beserker die kenne ich noch weil er mir ein bisschen mehr aushält ich hoffe der verlierer kommt vor mir ärger das haben wir auch gehen wir oben weiter ne ne ich bin nur da ich höre dich doch schreien mein freund ich muss immer warten bis wir in Adler auch weil die ist hier ist nix weg lasst ihn nicht vorbei komm ich an dich an bleib zusammen das ist nix das ist nix das ist nix Untertitelung des ZDF, 2020